Ja, Geilo, ist ja bald schon wieder Boxing Day! Rechts, links, Upper Cup! Ja, Leute, mich hat's erwischt. Nicht nur vom glücklichen Händchen, sondern auch hier erkältet. Heiserkeit wurde jetzt hier auch zur Rotznase und so weiter. Ich bin hier zwar bestens versorgt, vielleicht krieg ich's vor Weihnachten weg, aber wurscht. Dieses Missverständnis mit dem Boxing Day, das muss aber mal geklärt werden, weil es geht natürlich nicht ums Boxen, sondern es geht darum, dass man das übersetzt als Geschenkschachteltag. Und zwar kriegt man dann sowas hier. Also das ist traditionell so, dass die Arbeitgeber ihren Bediensteten am 26. beziehungsweise eigentlich einen Tag nach Weihnachten so eine Geschenkbox überreicht haben und dann haben sich alle gefreut. Ja, und heutzutage macht die Premier League das. Am 26.12. gibt's von der Premier League den Boxing Day. Hätten wir doch auch gerne in der Bundesliga. Ja, was war das denn? Wir müssen ja das letzte Wochenende noch nachhalten, weil wir hatten ja Mittwoch eine Live-Wetten-Show, da hatten wir ja keine englische Woche. Ähm, ja, das war ja nicht so doll hier, ne? Zwei mickrige unter Zweierquoten drin. Dann noch ein Cashback, also nicht so toll. Egal, weiter geht's. Wochenendbilanz vom letzten Mal ist bei minus 43.75. Äh, ach, ich hab ja das glückliche Händchen schon in nicht verdienten Weihnachtsurlaub geprügelt. Ja, mach ich das eben selbst. Das ist minus 43.75 gewesen. Monatsbilanz somit bei minus 47.4. Dann machen wir da hin. Und gehen wir nochmal kurz ein auf meine Live-Wetten, beziehungsweise unsere Live-Wetten-Show, die da hieß Wettenkrass und vielleicht, hoffentlich, wiederholt wird. Da lief's bei mir wesentlich besser. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat da vielleicht mit mir getippt, diese 5-1er-Quote auf nächstes Tor Dortmund zum Beispiel mitgenommen. Ich hab die auch mal bei Facebook nochmal hochgestellt, falls ihr euch das ganz im Detail nochmal vor Augen führen wollt. Wenn ihr da schon mal seid, natürlich ein Like da lassen. Und wenn wir das wiederholen sollen, natürlich ganz viele Likes hier unter dieses Video auch, weil alle Likes schreien doch nach Wiederholung. Ach, guck an, da oben hängen ja auch noch vier Tipps. Woher die wohl kommen? Natürlich alle aus England, wenn wir schon mal beim Thema sind. Und da ihr die ja relativ schlecht dort erkennen könnt, sind sie direkt auch hier parat. Das heißt, wir fangen mal an. Wir beginnen mit der Partie. Heute 16 Uhr Premier League. West Ham spielt gegen Newcastle. Dann nehmen wir die 1 für 2.15. Es spielt der 15. gegen den 18. David Moyes, der ist Trainer seit Anfang November. Und seitdem geht's stetig bei denen aufwärts. Sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt Sieg in Stoke. Davor ein Derby-Remy gegen Arsenal. Auch nicht schlecht. Und davor 1.0 gegen Chelsea. Wow. Newcastle ist 18. Und ebenfalls 18. In der Auswärtsform-Tabelle. Nur ein Punkt bei West Brom. Letzte fünf Spiele, also sonst nix gerissen. Quote 2.15. Ist doch super. Dann als nächstes unsere Lieblinge. Burnley spielt gegen die Spurs. Dann nehmen wir das 1x für 2.60. Und spielt der sechste gegen den siebten. Ja, ja. Burnley ist vor den Spurs. Gutes Heim-Team, haben wir oft gesagt. Lediglich Niederlagen. Also zwei Niederlagen haben sie erlitten. Und das war gegen Arsenal ein 0 zu 1. Und gegen West Brom. Bisschen überraschend. Auch ein 0 zu 1. Zweitschlechtestes Team. Vor dem Auswärts-Team sind allerdings zur Zeit die Spurs. Ein Remis nur in Watford. Okay, die vier Niederlagen, die hat man sich geholt gegen City, gegen Leicester, gegen Manu und Arsenal. Das kann mal passieren, aber Stimmung war sicherlich auch schon mal besser. Übrigens, letztes Resultat 1-1 im Wembley-Stadion. Macht doch Mut, oder? Und jetzt kommen wir zum Boxing-Day. Da ist unsere erste Partie bei Huddersfield. Und die spielen gegen Stoke City. Da nehmen wir die 1 für 2.65. Da spielt der Hälfte gegen den 17. Huddersfield, solide Heimbilanz. 4-2-3 ist die zuletzt. 4-1 auch ein Auswärts-Sieg bei Watford. Ja, und Stoke City, da ist der Trainer Mark Hughes richtig unter Druck. Und die sind völlig außer Form. Obendrein, das schlechteste Auswärts-Team. Nur ein Sieg, zwei Remis, sechs Niederlagen. Da glauben wir an Huddersfield. Die packen das am Boxing-Day. Und einen Boxing-Day haben wir noch. Das ist ebenfalls um 16 Uhr Watford gegen Leicester City. Da nehmen wir die 2 für 3.0. Das ist der 10. gegen den 8. Watford schlechtestes Form-Team allgemein. Viele Verletzte. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass sie so außer Form sind. Und Sperren haben sie obendrein auch noch zu verzeichnen. Ja gut, und dann kommt Leicester. Ist das 5-beste Form-Team allgemein. Und das 3-beste Auswärts-Team in der Form-Tabelle. Sprich doch, alles für Leicester. Hammerquote dafür. Ja, ich nehme hier mal wieder ein Schlückchen japanisches Heilpflanzenöl in warmem Wasser. Und komme jetzt zum Ende, weil das waren unsere 4 Tipps. Ja, und dann wünsche ich euch einfach mal frohe Weihnachtstage. Ich muss mich auch ein bisschen erholen, wie ihr merkt. Und das tue ich auch. Vielleicht melde ich mich vor Neujahr nochmal wieder. Vielleicht vor Silvester. Ihr werdet es sehen. Dann in alter Frische. Und ich trinke mal mit euch zusammen auch noch einen kleinen Fenchelhonig. Auf die gute Besserung. Auf guten Rutsch. Auf tolle Weihnachten. Ich sag mal, auf Balde. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020